Apotheke light als Zukunftsmodell, das ist der Vorschlag des Bundesgesundheitsministers als Antwort auf Lieferengpässe. Auch ein Thema beim Apotheker-Tag heute. Unser erstes Thema in der nächsten halben Stunde. Jetzt live aus Köln. Ihre Lokalzeit mit Julia Kleine. Und damit schönen guten Abend, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Eigentlich sollte heute gestreikt werden, aber dem Streikaufruf des Bundesverbandes der Deutschen Apothekerverbände sind im Rheinland nicht viele Apotheken gefolgt.